ein wunderschönes hallöchen und morgen morgen schön dass ihr da seid heute wieder bei rund ums das ist mit infeksi schön dass sie wieder eingeschaltet hat heute ich habe wieder ein schiff mitgebracht sogar zwei schiffe wenn man das so sagen kann im doppelpack das ist einmal die aris serie das einmal die ganz normale entfernen und die so ein bisschen brr mäßig drauf haben wir die eie und die so ein bisschen pew pew drauf ist was für was das genau auf sich hat dass wir uns gleich angucken aber der eine oder andere kennt ja schon sag ich mal die aris ich glaube das ist eine ganz wichtig das ist auf jeden fall schon mal ein sehr guter vergleich dass wir uns da auf jeden fall angucken was sich das auf sich hat aber wie gesagt die aris ist von crusader industry ist ein heavy fighter was die ui damals angefordert hat von crusader und was tatsächlich auch in den rennen reingegangen ist und auch gewonnen hatte damals und als favorit rausgegangen ist die aris serie werden uns jetzt noch mal angucken was das für ein schiff was kann man machen und was ist das besondere an der aris serie weil das hat nämlich wirklich eine ganz ganz große besonderheit und dass wir uns gleich alles entspannt angucken ach was schneide ich hier weiter let's go lass uns loslegen gehen wir rein let's go ihr lieben hier kommt die aris in conjunction with bearing we are currently crafting the most devastating size 7 mountable ship cannon ever devised the SF7 being prototyped in both ballistic and laser configurations is specifically designed to incapacitate capital class vessels of course with a weapon so refined the task at hand is to try and design an equally sophisticated ship to wield it even with this prototype crusader is up to the task so gehen wir rein in den talk und abfahrt gucken uns die aris an was geht da ab hier sind wir auch schon direkt bei der entfernung wie gesagt die entfernung und die einen die sind ein bisschen anders aufgebaut was ist der große unterschied kann ich aber ganz kurz erzählen die entfernung die so aufgebaut dass sie eine brit waffe draht das ist so gesehen eine gettling die sie dran hat mit 1900 schuss in der minute was wirklich schon eine relativ schnelle schussfrequenz ist dies sind beides heavy fighter die komponenten sind auch anders aufgeteilt das kommt uns aber gleich noch alles ein bisschen im detail an wie gesagt sie ist 27 meter lang hat eine höhe von 5,5 meter und eine breite von 30 meter und zwar das ist quasi so ein kleiner broker für die trägerschiffe sie passt leider nicht wirklich in eine idris rein sie passt auch nicht in einer polaris rein wenn ihr eine sag ich meine aris gerne mitnehmen möchtet auf dem trägerschiff da braucht ihr wirklich eine kraken oder zum beispiel eine jeffelin da passt sie auch noch rein wegen den 30 metern ist es wirklich schwierig sie in die idris reinzukriegen bequem oder zum beispiel auf die kraken mitzunehmen wird dass das wird funktionieren aber idris nein leider nicht und polaris leider nein auch nicht kraken ja und wie gesagt bangle carry natürlich eh und was natürlich auch funktioniert soll wohl die jeffelin sein weil die jeffelin ja zwar nur einen hangar oben wo auch zum beispiel die wengart worden meistens drin hat oder die hoblite da passt auch sehr gut die aris rein wie gesagt wir haben ja wirklich ein heavy fighter von crusader industry ein sehr sehr schönes schiff wie ich finde hat eine ganz ganz große besonderheit das möchte ich einmal kurz mit euch erläutern dass nämlich die waffe die waffe ist nämlich fest verbaut und die kann man auch nicht umbauen das heißt da kommen wir aber gleich zu lassen es erstmal weiter reingehen in die broschüre was wir hier so sehen wie gesagt die aris wurde extra die seit um größere schiffe aufzuhalten der blockade darzustellen oder eben auch den vernichtigen schlag durchzuführen eine aris wird natürlich jetzt nicht so viel power haben um die idris sag ich mal gefährlich zu werden aber generell könnte es schon klappen wenn du mit mehreren des squats ankommen zum beispiel wenn ihr das ist gott vielleicht mischt ja vielleicht eine aris entferne und ihr habt vielleicht noch eine aris iron dabei das heißt wenn ihr vielleicht 5 6 von diesem fighter dabei vielleicht sogar noch eine eclipse dabei die noch mal zeigt man zeigt 9 tops dabei hat davon drei stück dann kann das wirklich schon einer idris gefährlich werden stellt euch das mal vor ihr habt zum von mir aus zwei eclips dabei da habt ihr vielleicht noch zwei entfernen us dabei und noch zwei ions dann ist eine idris wahrscheinlich auch relativ schnell geschichte weil was ist das besondere an diesem schiff das möchte ich euch einmal ganz kurz erläutern an dieser waffe das ist nämlich tatsächlich eine size 7 gun und die size 7 ist fest aufgebaut auf die aris das könnt ihr nicht umbauen ihr könnt keine anderen waffen ranbauen aber ihr könnt natürlich die komponenten austauschen das wird auf jeden fall noch gehen aber ihr seid wirklich auf die waffe festgesetzt die könnt ihr nicht ändern ihr könnt zum beispiel auch nicht die türme umbauen von der perso ist weil die auch zeigt sieben töme hat das ist so ähnlich gedacht da könnte die türme auch nicht umbauen und andere bewaffnung rauchschrauben das geht auch nicht das heißt hier wurde wirklich das schiff designt um die waffe drumherum komponenten da kommen wir gleich noch zu da gibt es nämlich auch einen großen unterschied zwischen der entferne und der auf jeden fall auf der iron da gehen wir aber gleich darauf eine wie gesagt die waffe ist fest installiert das könnt ihr nicht ändern das geht nicht hier sehen wir noch mal auf jeden fall auch das interieur sieht auf jeden fall schon ganz schick aus wie crusader die zu uns bringen möchte denkt daran ihr habt hier wirklich nur ein cockpit wir das zum beispiel auch kennt bei der f8 lightning oder bei der f8 oder inner saber das heißt ja wirklich nur ein cockpit drin nicht so wie bei der vanguard worden wo ihr wirklich auch noch interieur dahinter drin habt ihr habt ein schlafbett ihr könnt euch ausloggen sowas gibt es hier nicht hier ist wirklich ein heavy fighter wo ihr wirklich nur ein cockpit habt und das war's und ich finde das design schon und crusader bei so einem heavy fighter sehr gelungen sehr schlicht sehr edel und trotzdem sehr schick also finde ich sehr cool das design dass sie wenn ich hoffe das kommt auch wirklich so nachher später ins spiel das ist noch so ein bisschen prototyp technisch gefällt mir aber im großen ganzen schon mal sehr gut so kommen wir zum nächsten bild wie gesagt was das besondere ist bei der entfernung wir haben hier eine gettling drauf die gettling hau 1900 schuss in der minute raus und das sind wirklich große projektile womit wir auch einen großen wumms verursachen können dass auch gut durch die panzerung von größeren schiffen durchkommen das ist eben auch ein ganz ganz großer unterschied zu den wengert dieser welt sag ich mal oder zum beispiel selber dieser west ja meistens zeich 4 zeich 5 das dann ende und da fängt die aris erst an weil die hat nämlich zeich 7 drauf dadurch hat sie den punch dass sie einfach durch die schilde durchkommen von größeren schiffen oder durch kämpfliche schiffen oder auch nachher durch die panzerung von schwer gepanzerten fahrzeugen oder vehicels oder raumschiffe also das ist hier kein thema die hat mir den wums da durchzukommen das bedeutet nicht gleich dass sie mehr dps hat das wohl vermutlich nein wenn der zum beispiel mit einer wengert worden kommst du dann mit anderen schiffen die gut ausgestattet sind fährst du wahrscheinlich mehr dps das bedeutet der match pro second aber den wums werden sie nicht haben um nachher effektiv durch die panzerung durchzukommen dafür brauchst du am besten nachher eine ion eine wie gesagt hat ja die laser gun obendrauf um gut durch die schilde durchzuballern oder wie wir hier sehen die entfernung mit der gettling obendrauf dass sie dann gut die panzerung nachher durchbrechen kann wie gesagt hier sehen wir noch mal die kanone bei der kanone ist ein bisschen anders haben wir 38 schuss in der minute das bedeutet sie die schussgeschwindigkeit ist relativ gering das heißt ja du kannst einfach nur 38 schuss in die minute raus und das heißt am besten ist es dass jeder schuss auch trifft sonst wenn da ein schuss daneben geht da musst du wieder ein ein bisschen warten bis in den nächsten schuss raus machen kannst wie gesagt ist es eine kanone das ganz interessant ist im video damals von der entfernung das werde ich am ende noch mal abspielen haben sie das auch so ein bisschen gezeigt dass die waffe sich auflädt und der mehrere projekte mehrere schüsse ja sag ich mal ab gibt aber das wird so nicht sein denkt daran dass video das promo video zu der entfernung kam erst später raus also das haben sie schon vorher fertig produziert und das konzept kam später raus und im konzept haben sich das noch mal überlegt mit der kanone das ist eine ganz normale laser kanone ist strahlkanone wie wir das auch kennen zum beispiel der m7a haben wir das ja auch das den schuss muss einen augenblick warten kannst den nächsten schuss abgeben so ist es wie gesagt ein paar raketen haben wir hier auch noch bei den schiffen dabei gehen wir mal rüber hier sehen wir das noch mal mit der kanone wie gesagt die kanone ist das hauptteil von diesem schiff und alles drumherum wurde herum gebaut das heißt die kanone könnte auch wie schon gesagt nicht austauschen das ist das besondere jetzt zum beispiel bei der entfernung oder zum beispiel bei der aris bei der entfernung die wird nicht so schnell die munition ausgehen was aber auch immer ganz witzig ist viele denken oh mein gott wenn ich jetzt an 8 1900 schuss in die minute raushau da wäre ich ja nicht viel munition da haben doch da habt ihr schon einiges an munition dabei nämlich hier ist überall munition drinnen bei der entfernung und hier ist die gettling drauf das heißt ihr habt ihr das dreifache an munition dabei wir zum beispiel an der weng hat worden wo ihr zum beispiel die apokalypse abends und an der nase habt ihr habt ihr wirklich das dreifache munition dabei und kommt wirklich lange damit hin ihr müsst nicht so schnell nach munitionieren wie ihr vielleicht glauben mögt das steht zumindest im q&a so drinnen von entfernen was auch noch ganz interessant ist bei der iron haben sie es komplett anders gemacht deswegen hat er die iron hat ein kühler mehr und hat ein power plan mehr und hat ein schild generator mehr das kommt einfach daher weil hier das drin ist hier ist der kühler drinnen für die laser kanone dass sie muss natürlich auch gekühlt werden und die laser kanone braucht auch relativ viel saft und power deswegen hat er auch einen zusätzlichen generator drinnen power plant eingebaut deswegen ein kühler mehr bei der iron und ein power plant mehr für die iron dass überhaupt die waffe richtig funktioniert dafür hat die entferne dafür viel mehr munition dabei deswegen kann man die waffen auch nicht untereinander sweppen würde keinen sinn machen wenn ich jetzt die waffe bei der entfernung einbauen möchte weil ich die höhere panzerungsdichte ausnutzen möchte von der legierung her dann habe ich aber nicht genug power und nicht genug kühlung um die waffe zu betreiben deswegen sind die waffen fest eingebaut lasst uns das noch mal in daten angucken gucken muss das noch mal kurz in der broschüre an dieses mit den komponenten gehen wir noch mal die komponenten rein damit ich euch das noch mal zeigen kann diesbezüglich ich werde einmal kurz ein bisschen rein scrollen dass ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt hier sehen wir zum beispiel dass sie hier zwei power plant haben das ist jetzt bei der iron also wo wir auch die kanone drin haben das heißt zwei power plant dann haben wir hier die batterie kann ich aber ganz kurz antikern die batterie ist wirklich so was wie eine schleifahrt viele haben das vielleicht gar nicht mitbekommen es gibt in star citizen raumschiffe wo eine batterie eingebaut ist dann könnt ihr den power plant ausmachen und könnt dann sowas wie eine stealth schleifahrt weiter fortführen über dem batteriebetrieb nur mal so als kleiner tipp als hinweis haben sie zumindest im q&a so beschrieben wie gesagt haben wir noch ein kühler mehr und wir haben ein schild generator mehr wir haben drei schild generator und alles medium wir haben drei kühler drin auch medium und wir haben power plan haben wir auch zwei drinnen wir uns das noch mal angucken bei der entferne oder haben wir den direkten vergleich nicht euch gerne zeigen möchte dann haben wir hier nur ein power plant drin langt uns aber wie gesagt wir haben eine gettling die muss sich extra jetzt mit energie aufgeladen werden langt dann haben wir hier so gesehen auch zwei kühler drinnen langt uns auch erstmal brauchen wir auch keine drei wie gesagt wir haben ja nicht die große laser kanone die extra noch kühlung benötigt schild generator haben wir nur zwei macht auch nichts das ist nicht so schlimm warum weil wir eine höhere legierungsdichte haben bei der panzerung hier kommen wir mit medium daher das heißt auf jeden fall ist unsere entfernung besser gepanzert zumindest ist beides auf medium gestellt die panzerung aber die dichte ist noch ein bisschen dichter und der legierung her und hält ein bisschen mehr aus wie die ion das heißt da sind wir ein bisschen besser bei direkten einschlägen geschützt von projektilen soviel dazu ich guck mal ganz kurz wie gesagt was noch ganz interessant ist immer wieder was ich mal wieder cooles sehe sind denn immer diese bilder was könnt ihr sagen wie findet eigentlich das design von crusader bei der bei der aris findet ihr findet das cool dass sie ein bisschen asymmetrisch aufgebaut ist wie wir das hier jetzt sehen zum beispiel ist sie ja zum größten teil symmetrisch aufgebaut aber nur durch die gern wird sie ein bisschen asymmetrisch dargestellt oder hättet ihr sie lieber symmetrisch gesehen könnt ja mal gerne in die video beschreibung reinschreiben habt ihr eine aris wird mich mal interessieren und wenn welche habt ihr und wie gesagt was mich noch interessiert hättet ihr sie lieber symmetrisch gesehen wie auf diesem bild oder findet ihr dies relativ schick dieses asymmetrische design also ich mag dieses symmetrische design auch sehr schön finde ich auch sehr cool gefällt mir auch sehr gut muss ich zugeben ich mag beides sehr gerne ich hätte sie gerne symmetrisch gesehen aber asymmetrisch finde ich sie auch ganz schick wie wir das hier sehen wie gesagt das cockpit finde ich auch sehr sehr schick ist auf jeden fall auch sehr gelungen gehen wir jetzt mal hierüber wie gesagt dass jetzt hier zum beispiel irgendwie auf einmal eine aris in idris vernichten kann so dürfte das nicht sehen das ist wirklich ein bisschen anders design und auch gemeint das heißt wenn er zum beispiel größere schiffe angreifen möchte zum beispiel eine halde hals sie was ja auch schon capital schiffe sind oder zum beispiel 890 jump weil da vielleicht irgendwas drauf ist was transportiert wird security mäßig wo aber ran möchte dann könnt ihr zum beispiel ein squat aufbauen mit einer aris vielleicht noch mit einer eclipse gemischt um wirklich eine gefahr darzustellen weil ihr wirklich den punch habt um größere schiffe aufzuhalten oder sogar auch zu zerstören aber alleine wird eine aris oder auch eine erfährung auch ein capital schiff nichts ausmachen das heißt da müsst ihr wirklich im squad kommen mit zwei drei teams dann könnt ihr wirklich auch eine schnelle agile flotte aufbauen die klein ist mit kleineren raumschiffen und wirklich wumms haben der gegenpart wäre zum beispiel das ein bisschen größer hochgeht zum beispiel auf die perseus oder auf die polaris aber wenn ihr zum beispiel agiler unterwegs sein möchtet einfach und diese agilität ausnutzen möchte das zum vorteil ziehen dann nehmt ihr einfach eine aris dann nehmt ihr eine eclipse dazu das sind kleine schiffe die vielleicht noch ein bisschen auf stealth ausrichten können und dann habt ihr natürlich schon eine sehr coole feuerkraft die auch noch sehr agil und vielleicht ein bisschen unter unter dem radar fliegen kann weil eine perseus oder eine polaris die unter dem radar fliegen lassen so ein größeres capital schiff oder ein größeres l schiff ist natürlich schwieriger als ein kleiner squad die ihr denn auf stealth umrüstet das ist auch noch ein sehr sehr schönes bild was ich gefunden habe gefällt mir auch sehr gut wie zum beispiel hier auch eine fleet von der aris serie zum beispiel neidrich schön unter feuer setzt und sie auch noch schön auseinander nimmt also das auch ein sehr 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 schönes bild finde ich tatsächlich aber soviel noch mal zu der aris im allgemeinen was ich noch mal dazu sagen möchte zu der aris im allgemeinen es ist wirklich ein sehr sehr schönes schiff gefällt mir auch sehr gut wie gesagt ist es sehr speziell wenn ihr zum zum beispiel ein bisschen also modulare unterwegs sein möchtet also agiler sein möchtet kann ich euch immer nur sagen der nimmt am besten doch die wo ist sie denn jetzt hin ich schlicke jetzt schon wieder durch wie blöd der nimmt am besten die entfernen und die hat einfach ein bisschen mehr feuerpower diesbezüglich nicht mehr punch aber sie hat so gesehen die feuerrate was natürlich schon ganz geil ist und durch die hohe feuerrate könnt ihr auch mal schiffe abschießen die bisschen agiler sind zum beispiel wenn der kampf in der vengard worden reingeht mit der constellation oder mit einer 600i oder andere schiffen könnt ihr schon ganz gut schaden anrichten bei der entferne ist es natürlich diesbezüglich wieder ein bisschen anders zu sehen weil bei der entferne habt ihr es einfach dass da jeder schuss sitzen muss das heißt da seid ihr nicht so agil und das schiff wird auch ein bisschen träger sein weil es auch ein heavy fighter ist und auch ein bisschen gewicht mit sich zieht also wenn ihr ein bisschen moduler oder agiler unterwegs sein möchtet um vielleicht auch andere schiffe anzugreifen kleinere schiffe dann würde ich auf jeden fall auf die entfernung gehen damit werdet ihr auf jeden fall mehr spaß haben wie er zum beispiel mit der iron was auch noch ganz interessant ist wenn ihr zum beispiel jetzt begleitschutz geben möchte zum beispiel security bereich dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne die aris nehmen die hatten guten spritvolumen das heißt ihr könnt auch in längere strecken mitspringen ja zwar kein interieur dabei wie bei der vengard worden aber trotzdem könnt ihr lange strecken mitfliegen das heißt wenn ihr mit einer halse halt ihr unterwegs seid ihr braucht ein bisschen security schutz nimmt gerne in der entfernung mit das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht die euch wirklich den rücken frei hält und ihr müsst nicht so oft rest stop machen weil sie auch gut lange strecken mitspringen kann diesbezüglich so ihr lieben dann würde ich mal so sagen dass so viel zu der entfernung aris und zu der aris ion ich hoffe es ist hat euch gefallen das video wenn ich das hier gefallen habe gerne daumen da lassen würde ich mich auf jeden fall sehr 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 freuen darüber und wenn ihr noch nicht gehabt denn gerne meinen kanal abonnieren würde ich mich auch sehr darüber freuen wie gesagt ich bin auch fünfmal in der woche für euch live auf twitch guckt mal gerne vorbei heute abend bin ich auch wieder live dabei würde mich sehr freuen wenn ihr einschalten würde meistens so ab 17 uhr bin ich am start und der twitch tv fex das wäre ich aber auch alles in der video beschreibung unten verlinkt jetzt wünsche ich euch aber erst mal einen wunderschönen tag kommt gut rein und wir sehen uns dann vielleicht heute abend und bis dann ihr lieben bei bei tschüss euer fexi ciao